Bei der neuen CATL-Batterie wurde angeblich die Akkualterung gestoppt. Unglaubliche 0%-Degradation in den ersten 5 Jahren. Im Auto hält die Technik dadurch ganze 15 Jahre bzw. 1,5 Millionen Fahrkilometer. Und liefern soll der Akku in den ersten Jahren sogar ganze 103% seiner eigentlichen Kapazität. Und die Herstellungskosten könnten auf 50% fallen. Das klingt wie der nächste ausgelutschte Bericht über einen neuen Super-Akku, der sowieso niemals auf den Markt kommt. Aber das stimmt nicht. Der Akku ist bereits jetzt im Handel. So wird er unter anderem unter dem Produktnamen Tener vertrieben und soll sämtliche Rekorde sprengen. Was steckt da also wirklich dahinter? Wie gelang dieser scheinbare Durchbruch und was bedeutet das nun für uns? Ich habe mich dafür mit Insidern unterhalten und auch einen leitenden technischen Entwickler von CATL getroffen. Er steckt hinter der Entwicklung und hat mir exklusive Einblicke gegeben. Diese Entwicklung soll erst der Startschuss sein. In den nächsten Jahren will man dieses Ergebnis deutlich brechen und Akkus liefern, die die Zellalterung vielleicht für 7 Jahre oder sogar 10 Jahre stoppen. Das Unglaubliche daran ist aber, dass diese Angabe eigentlich allen Daten der Batterieforschung zu widersprechen scheint. Fakt ist nämlich, dass die Alterungserscheinungen von Akkus eigentlich kontinuierlich aufkommen. Ein Akku nutzt sich linear ab, mit jeder Auf- und Entladung ein ganz klein bisschen. Damit man das auch versteht, habe ich das Innere einer Batteriezelle animiert. Eine Batteriezelle besteht aus zwei Elektroden, nämlich einer Kathode und Anode, welche durch einen Separator getrennt sind. Beim Aufladen wandern Lithium-Ionen von der Kathode zur Anode. Beim Entladen wiederum wandern sie von der Anode zur Kathode. In der Theorie wäre dieser Vorgang vollkommen reversibel, also unendlich lange umkehrbar. In der Praxis jedoch läuft es nicht ganz so ab. Bestandteile, die sich eigentlich nicht lösen sollten, lösen sich doch. Und frei umherwandernde Lithium-Ionen setzen sich leider fest. Sie nehmen zum Beispiel an ungewollten Nebenreaktionen teil. Mit jedem Ladezyklus wird daher die Anzahl an Lithium-Ionen kontinuierlich reduziert. Und da die Anzahl der Lithium-Ionen bestimmt, wie viel Energie gespeichert werden kann, sinkt damit auch die Kapazität. Diese kontinuierliche Abnutzung ist aber nur im Normalbetrieb gegeben. Ganz besonders gravierend ist der Effekt beim ersten Aufladen. Das ist in dieser Grafik hervorragend erkennbar. Bis zu 15% der Akkukapazität sind beim ersten Aufladen auf einen Schlag für immer weg. Meine Idee, wie diese 5 Jahre Null-Degradation möglich sind, ist, dass CATL diesen Effekt wohl irgendwie verhindert. Anders lässt sich die Grafik des Kapazitätsverlustes von CATL nicht wirklich erklären. So unter anderem auch der Tipp meines Branchen-Insiders. Besonders stutzig machten ihn diese 103% Kapazität am Anfang. CATL ist ganz offensichtlich tatsächlich gelungen, die Anfangs-Degradation vollkommen zu eliminieren. Daher habe ich mir mal angesehen, welche Zellchemie genau eingesetzt wird. Das Grundmaterial ist die allbekannte LFP-Technik. LFP steht für Lithium-Eisenphosphat. Das ist der Standard schlichtweg für langlebige Großspeicher und auch für diverse E-Auto-Akkus bzw. Traktionsbatterien. Auch nutzt man diese Zellchemie bei Solar-Akkus oder Powerbanks für zu Hause. Das liegt daran, dass die LFP-Technik eine besondere Zyklenfestigkeit aufweist. Das bedeutet, dass beim Ladezyklus die Verschleißfaktoren schwächer ausfallen als zum Beispiel bei NMC. Das ist eine andere Batterietechnik, die zum Beispiel besonders bei E-Autos eingesetzt wird. Ist also vielleicht einfach die Zellchemie LFP dafür verantwortlich, dass der CATL-Akku in den ersten fünf Jahren gar keine Degradation aufweist? Nun ja, kurz gesagt, nein. Mit LFP allein lässt sich dieses Phänomen nicht erklären. Jede Akkutechnik ist von diesem Anfangs-Degradationsproblem massiv betroffen. Hier muss also eine zweite Substanz im Spiel sein. Eine Substanz, die den Alterungserscheinungen irgendwie entgegenwirkt. Verursacht wird diese heftige, einmalige Alterungserscheinung beim ersten Mal aufladen, da bei der Aktivierung des Akkus die Elektrolytflüssigkeit einmalig mit den Elektroden reagiert. Ein großer Teil der eigentlich freien Lithium-Ionen, die für die Energiespeicherung zuständig sein sollten, geht dabei verloren. Das sind die besagten 15% Verlust. Sie werden Teil der sogenannten Solid-Electrolyte-Interface, kurz SEI. Eine feste Schicht verschiedenster Materialien, die später als Schutzschicht fungiert. Im Grunde aber einfach eine Ablagerung an der Elektrode. Die genaue Bildung dieser Schutzschicht ist ein hochkomplexes Forschungsfeld. Noch immer tappt man diesbezüglich im Dunkeln. Klar ist aber, dass diese Schicht einen gigantischen Einfluss auf Effizienz, Kapazität und Lebensdauer hat. CATL scheint nun nicht weniger als das gelungen zu sein, woran viele Forschungsinstitute und Konzerne weltweit scheiterten. Die Rede ist von der Prä-Litierung. Die Idee, wir erhöhen beim Aktivieren des Akkus einfach den Anteil an Lithium-Ionen. Zwar werden bei der Bildung der Schutzschicht Lithium-Ionen gebunden, aber nur in etwa genauso viele, wie wir vorher zusätzlich freisetzen. Leider kann man die Ionen aber nicht einfach zusätzlich in die Akkuzelle packen. Benötigt wird ein Material, welches Lithium-Ionen absondert. Und der vielversprechendste Kandidat diesbezüglich ist Lithium-Eisenoxid. Lithium-Eisenoxid bzw. LFO kann einmalig gleich vier Lithium-Ionen auf einmal abgeben. Bei der ersten Aufladung setzt dann das LFO diese Lithium-Ionen frei. Statt den Lithium-Ionen von LFP werden dann die Lithium-Ionen von LFO gebunden. Entscheidend zu verstehen ist jedoch, dass dies nur einmalig möglich ist. LFO kann nicht wieder mit Lithium-Ionen aufgeladen werden. Das abreagierte LFO bleibt also in der Batterie inaktiv zurück. Aber der Degradationseffekt ist verhindert. Ob man das nun als Trick werten möchte oder die Aussage der Null-Degradation unterschreibt, ist eine individuelle Frage. Klar ist aber, dass das für Endverbraucher überhaupt keinen Unterschied macht. Der Akku hat tatsächlich die ersten fünf Jahre 100 Prozent, teilt sogar 103 Prozent der eigentlichen Kapazität. Und in der Zukunft sind auch weitere Sprünge möglich. Gar sieben oder zehn Jahre. Die Frage ist dahingehend aber auch, ob das wirtschaftlich ist. CATL will keine Laborrekorde aufstellen, sondern wirtschaftliche Produkte liefern. Es gibt einen technischen Punkt. Es gibt immer ein Potenzial, um es zu verhindern. Aber wenn wir über Business sprechen, müssen wir auch die Kosten und die Produkte balancen. Zweifelsfrei wirtschaftlich ist jetzt aber die Technik mit den fünf Jahren Degradationsfreiheit. Wo wird also der neue Superakku eingesetzt und wie wirtschaftlich ist dieser wirklich? In diesem Sinne kurz angemerkt. Auch in Zukunft prüfen wir neue Forschungsarbeiten, Entwicklungen und Produkte und schauen, was da wirklich dran ist. Wenn du diese Videos nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Es lohnt sich. Doch nun zu den Einsatzgebieten der neuen CATL-Batterie. Die neue Technik wird mit dem Namen Tena als Großspeicher für Industriekunden und als Grid-Speicher angeboten. Ein Container hat eine Kapazität von unglaublichen 6,25 Megawattstunden. Garantiert werden ganze 15.000 Ladezyklen. Spannend ist, dass der Preis bei solchen Speichern in Bezug auf die Zyklenzahl erhoben wird. Daher würde sich die Tena-Batterie selbst bei höheren Investitionskosten gegenüber vorhandenen Speicherlösungen zweifelsfrei amortisieren können. Im Idealfall haben Industriekunden 30% zusätzlichen Reingewinn. Einfach nur aufgrund einer neuen Speichertechnik. Ein phänomenales Ergebnis. Doch was ist mit den E-Autos? Nun ja, hier wird es schwierig. Denn die Langlebigkeit eines Akkus ist hier gar nicht der wichtigste Faktor. Hier ist das Hauptverkaufsargument neben dem Preis vor allem die Energiedichte. Die Energiedichte entscheidet nämlich, wie weit man mit einem Akku fahren kann. LFP plus LFO hat zwar eine hohe Lebensdauer, aber ein deutlich zu hohes Gewicht. Relevant ist die Langlebigkeit aber zum Beispiel bei Bussen. CATL arbeitet dafür mit Jutong zusammen. Diese Busse landen in Frankreich, Spanien, Italien und vielen weiteren Ländern. Es könnte also sein, dass der Elektrobus in deiner Nähe bald mit dieser CATL-Batterietechnik fährt. So oder so. CATL beweist mit der neuen Produktreihe, dass die Grenzen der Lithiumtechnik neu gesetzt werden müssen. Aus der gleichen Zellchemie kann noch gewaltig viel herausgeholt werden. Und Steuerungssysteme, die zusätzlich die Zellen noch in gesunden Betriebsszenarien halten, können die Rekorde weiter vergrößern. Diese Technik gibt es tatsächlich sogar für Privatpersonen. So bietet Huawei den neuen Luna S1 Heimspeicher ebenfalls mit ganzen 15 Jahren Garantie an. Und hier wurde der LFO-Trick noch nicht angewendet. Auf uns warten zweifelsfrei spannende Zeiten. Der Schlüssel zur hohen Langlebigkeit vom Huawei-Speicher ist dieses Spezialbauteil. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen.